Die sieht man nicht in der Sache. Das ist doch krass. Das ist doch eine Beste. Aber ich würde den... ...vorsprachen und alles... ...dienst. Ist doch der Option-Start. Nee. Erstmal Options. Ich weiß nicht, ob das noch hinbestellt ist. Das würde ich auf voller Brille helfen. Wie die Ola. Ist kein Zucht. Weg. Kreis. Kannst du es sehen? Noch mal der Kreis. Noch mal eine Idee. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich die Auflösung... Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich die Auflösung erinnere. Ich weiß nicht, ob ich die Auflösung erinnere. Ich weiß nicht, ob ich die Auflösung erinnere. Wer hat mich erinnert? Ich weiß nicht, ob ich die Auflösung geholt habe. Ich weiß nicht, ob ich die Auflösung habe. Auch nicht. . . . Es ist ein bisschen wie ein Ding. Es ist ein bisschen wie ein Ding. Oh mein Gott, ich hab das. Das ist ein bisschen wie ein Ding. Ich bin ein bisschen wie ein Ding. Das ist ja wohl bestätigt. Also bis auf manche Sterne, die Sklodons als laut oder in ARP ist es drei Fassungen, das ist das. Naja, es ist ja auch verpackt ohne Hände. Ich hab's ja gesagt, aber nur gespielt. Es ist nur so ein Quargeruschen. Naja, es ist ja eh. Mache, ich weiß nicht. Sperl ja noch nicht. Er ist ja nicht, alle sind. Nee, darfst du nicht sehen. Es ist nicht weiss, du legst mich am Arsch. Es ist nicht nur ein bisschen, sondern es ist nicht nur ein bisschen. Es ist nicht nur ein bisschen. Es ist nur ein bisschen wie ein bisschen wie ein bisschen. Aber warum wird so ein bisschen mehr da wusch? Das muss auf jeden Fall gehen, aber das kannst du auch nicht mehr da stehen, dass du auf jeden Fall gesessen hast. Aber das lass uns stehen, weil sie die anderen nicht sind. Das ist so viel, was irgendwie mit dem Steuerkreuz gelaufen. Und dann mit dem anderen Stick. Ich sehe jetzt nicht nach rechts. Doch. Das genau und die nächste. Noch weiter. Noch weiter. Das. Und dann wählen wir das nächste. Und den jetzt noch mal. Und dann wählen wir jetzt einen weiter. Also nicht so dicht drehen, sondern in der Mitte. Letzten. Genau. Und das jetzt noch mal. Ich sehe es. Das laufen aber ja eins um. Und läuft da schneller. Und die Lichter sind da jetzt. Das ist ja auch jetzt Part 1. Das ist sowieso einfach noch ein bisschen größer. Das kommt ja auch so genug. Weil hier sind wir nach vorne und machen diese beiden Stimme aber zusammen. Und dann müssen wir ja auch da hinten links ab und gehen leuchten. Und dann das Lichter ausmachen. Dann siehst du ja, wenn du da jetzt gegen leuchtest, dann machst du aus das Lichter. Dann siehst du die. Bis hinten rein musste man hin. Dann kannst du aber an die Gerätschaft noch angehen. Dann siehst du die Sachen aus dem ersten Teil. Und dann mal im X. Das ist halt diese ganze Kram da. Dann lass dich zusammen. ARGH! 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 previously suggested Iqp people. ARGH! 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 Harry Black, wird dr陰udo von Woll, everyone. Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Das war's für heute. Ja, aber natürlich, das ist nicht irgendwie, dass ich mich in den Kasten trete so viel, aber es ist ganz okay, ich sag mal so. Ja, aber eigentlich, da habe ich die Straße schwer. Ich komme jetzt mit dem Rat, wenn ich mich in die Fakze schreibe. Ich komme jetzt mit dem Spatio. Ich komme jetzt weiter ruhig. Ja, ich muss überschreiben. Soll ich da durchlecken? Das ist ja durch. Das ist jetzt quasi da hin. Da unten am besten durch. Okay. Oh, komm, komm, komm. Fuck. Ja, das war ich noch. Ich bin noch. Ich war eine Arsch. Der Hexe, du hast zu schnell gedrückt, lass dich zwei mal drüber. Oh moin, du bist richtig zerfolzt. Oh moin, du bist so schön. Aber die Rucksenspunkt ist richtig mies, teilweise. Wie gesagt, da darf ich nicht mal die meine Nachteile spielen. Was hat denn der Länge, der Länge, der Länge? Haben wir Ihnen noch nicht aufgewacht? Was ist denn der Länge? Was ist denn der Länge? In WIH! Wir fließen die Länge! Ihr Knall. ein paar Probleme oh 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 c'est lechelum c'est lechelum c'est le haut oh 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 schweiner Nein! Das kann ja kein Bein sein hier. Spirrenzchen hier. Hütte weh. Schwein Arsch! Was ist das? Ja, das ist... Könnte ich mit dem Laufen spät sein, den wir lassen. Hütte weh! So, ohne Klinkami, wanschmeチャンネル. Lägen es geht sich noch mal... Zu! Zu! Geschissen! So, ich komme jetzt mit Klinkami irgendwie an... Das ist ja nicht so ganz riesig, aber das hier hat mir dann schon, dass ich jetzt sowieso ganz gut weiß. Die Tür jetzt aufmachen, dann aufmachen. Weglaufen. Lauf erstmal weg. Du musst ihn jetzt so ranlucken, dass er dich umrücken will und dann zur Seite laufen, dass er da hinunterfällt. Zieh da hin und dann so strafe. Ja, schafft. Ja, sonst, wenn man da nicht weiß, muss ich sagen, dass er ewig dran sitzt. Genau, das ist ja eine rarische Tür. Das ist natürlich ein nervvoller Gegner. Also das Spiel, also wenn ihr das auf 720 geht, geht's noch Playstation. Geht das an, ist nur noch Karten. Der Playstation ist richtig hässlich aus, ne? Ich habe 720 Auflösung, das ist richtig hässlich. Immer so ein das ist richtig. Ich mach dir eine Scheiße nach. Links musst du aber rein, ja? Ja, genau. Vergesst nicht, aber du musst eh lang. Hier kommst du nicht rein, Mann. Da musst du jetzt eh hin, aber du musst erst in den Raum ab, weil du so ein Ding brauchst. Das ist in dem einen Schrank da. Rechts, rechts, komm, Mann. Musst du dich unter die ? Was ? Was ist denn, was? Was ist denn der Mal so? Ich hab mich noch nie gesehen? Was ist das denn? Was ist das denn, was? Was ist denn, was? Was ist das? Also, werdet ihr unten? Geh jetzt zum Zustand, musst du richtig bleiben, weil ich den reinlässt, aber das ist hier ja. Also gelb, sagst gelb, darfst du den mal gut, du musst jetzt auf andere Seite drehen, den hier nicht. Den musst du da oben noch weiter drehen. So, dann musst du da oben weiter packen. Den nicht, den musst du eigentlich nicht mehr so lassen. Jetzt siehst du, du musst halt den hier zum Leuchten treten. Und den jetzt noch mal drehen. Andere Seite drehen. Du kannst halt nicht, äh, gleiche, gleiche geht nicht. Das geht nicht. Das ist gesagt, ja, das ist auch nicht falsch. Ich will den jetzt noch mal drehen. Sehen wir mal, ich habe ja nähe, die geht schon. Hast du nicht recht. Und das ist ein Angelegen, herauszufinden, das ist ein Angelegen. Und das ist ein Angelegen. Der ist nicht schon zu sein. Ich will das nicht mehr wunderschf artist sein. Das ist nicht. Das ist doch ein Angelegen. Und das ist doch nicht das. Das ist auch nicht. Und dann bitte. Wie geht es nicht? Ja. Du kannst noch nicht. Es gibt uns noch gute Bände, ja? Ja, das müssen Sie wissen. Lass den mal so. Tja, lass den mal so. So, drehen wir den anderen. Hey, Dings. Lass den Mieten mal drehen. Wir brauchen die Dämonen. Hier, das verstehe ich jetzt. Ja, weil die hat die Dämonen. Genau, und dann ist die Dämonen. Wie kannst du das denn noch öffnen? Ey, du musst jetzt... Du musst jetzt sehen, dass die Dämonen, und jetzt ist alles verboten. Du Späler. Du musst jetzt sehen, dass die Dämonen kommt. Wir brauchen die Dämonen. Wir brauchen die Dämonen. Wir brauchen die Dämonen. Wir brauchen die Dämonen. Guck mal nicht drin. Nach mein Dämonen. Man kann dem auch nicht Hallo -... Jene, der für den was stammt. So bei meinen Dämonen studieren. Wir brauchen den. Aber für den neue Dämonen Wir brauchen Warten keine Dämonen. наблюдieren. Der wir brauchen die Dämonen an und noch nicht. irgendwie. Jawohl. Jetzt darf ich noch schon ganz was. Wenn ich den drin, dann den erstmal weg. Dann kannst du den her. Jetzt kannst du den. Andere Sachen, genau. Ja, das ist natürlich schwierig, aber gerne. Ja, wie gesagt, hast du hier ganz viel Nerven. Wie gesagt, wenn ich dich erstmal kann, ich würde das nicht weiß, wie die Dinger gehen. Das ist das Ding da, glaube ich. Da brauchst du nicht rein. Da weiß ich nicht, was das ist. Scheißegal. Wenn du diese Pflanzenpuppe hier da ist, das muss sie schieben, ja. Das Ding muss sie schieben. Ich glaube aber, dass das eigentlich schon gar nicht. Wir machen auch da genau, weil wir hier sind. Das ist cool. Ja, machen sie. Machen sie. Machen sie. Machen sie auch Machen sie. 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 Machen sie Das heißt, wenn er jetzt überlebt, dann stirbt deine Hauptfigur, die du danach spielst. Wenn er stirbt, dann überlebt deine Hauptfigur, die du jetzt nach ihm spielst. Das ist damit jetzt ja quasi danach richtet sich ja auch das Ende generell vom Spiel. Er hat Krebs halt und wenn er jetzt die Sicht dafür scheint, irgendwie ein anderes Leben leben zu lassen, stirbst du jetzt. Wenn du allerdings überlebst, dann stirbt er die andere Hauptfigur. Das ist damit auch schon heute. Das geht jetzt auch gleich die Falle los. Dann musst du sie balancieren. Oder du kannst ja was du machen musst. Das ist so. Das gehört hier. Und dann kannst du die Spiegel hier. Das ist halt eine Puzzle Spiegel. Aber das hätte doch alles was machen können. So, wir haben einen Vortrag geben. Let the game begin. X, du bist nur für dich sterben, willst du überhaupt nicht überleben willst. Wenn du jetzt überlebst, den Kreis, dann überlebt jetzt der Stoffel auf dem Motto der Augenfirma. Was hat er überlebt? Dann stört jetzt die Figur, die du jetzt hier noch spielst, also dann am Ende. Das ist quasi das, ja. Was ist das? Was ist das? Wann, ich bin auf dem Motto der Tief? Ich bin auf dem Motto der Tief. Ich bin auf dem Motto der Tief. Muss ich damit hin? Es ist nur hier jetzt! Die volle Scheiße an uns. Diese Saison von dem Detektiv auf dem ersten Teil, den du entschlägst. Also der Tep, der Tep, der Tep, der Tep der Störpil im ersten Teil, mit dem er erschossen hat. Er überlebt ja, der Spitzler, wie er die Geschichte von diesem Tep, Spitzler in den Videospielen hat. Und das ist der Saison von Detektiv. Er sollte sich quasi am Fahner werden. Und hier auch immer. Das ist der Roster, aber wenn sie nichts machen. Aber wenn ich jetzt eine Luft fliffe, dann ist es... Ja, ist halt. Jetzt kann es jetzt... Exit zu dem Bildigen genau. Das sieht so aus. Läuft da mit voller Spinnigkeit. 20 Frames. Läuft das Spiel eh nur. Mal auf 4K stellen wollen, aber dann Roku Roku ist nicht sauer. Das ist voller die Welt. Beginnt doch gut. Oh Manni. Ach, muss auch mal weiß der Scheiße, der Spieler, ich wollte es. Das war doch einer für der Session reinzuladen. Ja, nur bei der Tasche. Nein, ey. Obwohl ich früher des Assemblates des Originalstubles war. Ja, das ist ja der Platz. Ja, das ist das aber kaputt. Das ist ja vielleicht das Eintracht. Ich hab das mit einem anderen getauscht. Dann getauscht. Dann bringen wir diese Fragen. Das ist ja ganz cool. Ja, ich kenn's gar nicht. Das ist ja ganz cool. Das ist ja ganz cool. Ja, das machen wir zusammen durch. So machen wir, wenn wir hier sind. Da. Du bist verschissen. Nein, das ist ganz wenig genug. W-w-w-w-w. A-fuck. Na rein! Muss das denn die Scheiße haben? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! You should I kill you. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Ich weiß nicht, was ich für heute so oft war. Die Fuchser ist weg. War nicht egal. Es war dann getippelt da. Hast du die noch? Ja. Ich glaube das war hinten rechts, da war es eben dieses Ding an der Kiste da. Was ist das? Und hier ist es noch mal kleiner. Hier ist es das. Genau, da ist mein Merkensan. Jetzt gehen wir weg. Jetzt gehst du nicht ab das erste Tag. Ich schalte aus. Aber hier ist es nicht. Wenn du es nicht weißt, musst du erstmal gucken. Du musst halt jetzt S, S7, Drei, Zwei, Zwei. Wenn du es nicht weißt... Du hast den Schluss gemacht. Ich meine, die letzte fand ich echt ganz gut gemacht. Oh, Mann! Das ist wirklich stolzig. Warte mal, was? So, die Schränke kannst du ja auch gehen, da? Im Ding? Nee. Genau nichts, macht er da nichts? Ja, Bolt! Was denn? Na ja, BILM! Manchmal sind die, genau das, Schränken und sowas. Die Schränke. Die Schränke. Die Schränke. Die Schränke. Die finde ich natürlich besser gemacht als im ersten Teil, weil im ersten Teil war die zu leicht. Das ist jetzt hier auch nicht schwer, aber... Äh... Aber trotzdem haben wir uns gut gemacht. Aber trotzdem haben wir uns gut gemacht. Das hat uns gut gemacht. Die sind hier hin bei der Gruppe. Das werden wir hier über... Bis auf! Fingers zurück. Das war's. Das war's. Kreis, Kreis, Dreieck, Kreis. Immer so nötig. Jetzt saß es vorbei, ne? Ja, ist doch okay, alles super. Jetzt muss man da oben die Treppe, jetzt muss ich ja ganz oben gehen. Ja, da muss man sich dran gewöhnen, aber das ist nicht weitergewählt, das ist ganz okay. Es war nur Quicktime-Events, aber beim ersten Teil war ja, sag ich jetzt mal, das Job-System auch nicht weitergewählt. Aber du musst die Fuse da einsetzen, die Sicherung. Bei dem Fall haben wir auch noch was mit Bonus-Gegenständen aus Verkunden, die Archiven jetzt gekramt. Aber man muss ja natürlich so mögen, um überhaupt die Spiele zu mögen, also wenn man natürlich so scheiße findet. Deswegen sag ich, hab ich vorhin ja gesagt, dass in diesen Schwenken auch noch was liegt. Wenn natürlich die Filme nicht mag, dann kann man mit den Spielen nichts anfangen, logischerweise. Alles hat dazugehört. Oh, toll. Immer noch rein. Das habe ich nicht kapiert hier. Also nicht, das ist ja was, warum nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich schon seit einem sehr böse sein. Ich habe mich nicht gekriegt. Man kann nur wissen, was ich nicht nur den Moment habe ich nicht gehaftet. Wo? Wo? Wir haben uns. Ich weiß nicht, wie wir, was sie kommen soll jetzt. Wir hatten die Nacht, oder? Keine Ahnung. Wir haben uns in der Nacht gewechselt. Du bist jetzt nicht so schön, dass ihr gehst, oder? Was? Du sagst doch auch, wie ein schmaler Arsch. Dann war's natürlich auch nachher so Sachen, wie, wenn du dir nämlich den Dingens durchguckst, dass da ne Waffe ist, dann musst du auch noch einen Krieg damit werden. Also, ich hab Kopfschluss. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier waren, oder? Da kannst du jetzt sehen, musst du in der Nacht pennen und eingeben. Aber manchmal hast du eine Knarre. Also, dann auch. Das war das doch auch jetzt nicht. Ich hab's gehabt, wo ich gerade war. Ich hab's gehabt, wo ich gerade war. Hm. Das war das erste Umfahrrat am Ritten, ne? Laude. Was? Das erste Umfahrrat am Ritten, Marmold. Nimm mal so, die ersten... Das erste quasi, die erste Episode nimmt die Marmold fertig. Es ist nicht so lang, dauert das nicht. Das Spiel insgesamt glaube ich, aber eigentlich hab lange gebraucht, weil das zum Ende hinterlässt. Das wusste nicht. Scheiße, da. Frau, das ist nicht so lang. Ja, das weiß, was ich gerade noch nicht. Wir drehen, die censure Sproject gibt. Äh, was ich geb es unterteilen? Das war so lange, der Deutschen im Blick auf. Das war so lange, der Lehrer. Ich hab's geschafft. Das war das verschiedene Schreiber. Der ist Ja, die mantener. Das ist es nicht. Ich verteid, dass ihr das schon seitdem. Oh, Peter, pass auf. Na, wie so schnell? Jetzt drücken wir mal an. Ich bin richtig vermaggelnd. Ja, komm. Ja, es kam, es ist, äh, äh. Ja, gut, das ist, wie gesagt, halt beim ersten Teil schon scheiße hinlässt. Das, ja gut, aber ich kann es jetzt anders machen, ne? Bei uns jetzt, gute, wie gesagt. Kann es ja einfach durchlaufen, jetzt ist ja nichts weiter. Das ist natürlich auch behindert, dass das wieder alles in der Hand hauen. Läuft da mal weiter, muss, fummelt es da nicht rum. Verrückter halt. Schweineharsch. Drei Wölfen, vier, da hinten durch. Ja, lass uns da rumfotzen, da. Ich weiß nicht, wie es geht. Das kann man gesagt. Dreckschwinze. Ja, siehs, da müssen wir... Das Ganze ist, glaube ich, schon die Explosion, die wahnsinnig. Also noch ein Durchfotzen, da. Das Ganze ist so schnell gewesen, dass sie die Explosion hier schon... So, komm, ey. Ach, das ist aber durchlaufen hier. Das kommt doch wieder ein, die laufen, der Schweineharschland. Nee, war das hier schon hier, wenn der einen runterspringt. Das kommt doch wieder. Das kommt doch wieder. Das kommt wieder, hier. Ja, ja, das ist er. Das ist weg. Ja, das war's, das ist tot. Na ja, das andere sitzt eh weg. Und dann durchhielt es unabhängig, so gut, jawohl. Brauchst doch nicht, wenn ich doch um das. So, jetzt muss man mal gucken, jetzt kommt hier, wenn du jetzt hier, du musst hier links laufen, kommt jetzt gleich ein Quick-Danny-Wennpass auf, schon wieder. Sehr gut, sehr gut. Die Sache ist nämlich, da kannst du noch nicht rein, du musst noch weiter. Und jetzt, wenn du hier links an der Tür gehst, dann irgendeiner bei dir ab und brauchen musst du gucken. Das Problem ist jetzt hier tot. Dann spielst du die ganze Scheiße noch mal und ich da reingucken, oder? Ja, dann müssen wir Waffen aus dem Quick-Danny-Wennpass. Nee, hier nicht, bei da nicht raus. Also hier brauchst du auch nicht reingehen, das ist nur eine Bonus-Waffe. Scheiße, brauchst du nicht nach Christ-Danny-Wennpass hier. Denn da weiß ich nicht, du musst immer hier rein, genau. Aber ich glaube, du musst da hinten sowieso durch. Und da ist eine Knarre, und wenn du da reinguckst, dann musst du gucken, und zeigt dir, was du drücken musst, dass er ausweicht. Sonst riss du gleich den Kopfschuss und bist tot und musst die ganze Scheiße in der Parade. Also die Grundsatzpunkte sind behindert teilweise. Nicht immer an der Tür ist das jetzt links. Guck mal erst mal rechts an der Tür. Noch mal 6, 4, 3, 8. Da seht ihr da was, Christ. Das weiß ich jetzt nicht mehr, genau. Weil nachher gibt es nur so ein Puzzle da, auf der Erde, da an Archiven mit oder so eine Scheiße. Und mit mir dödel das nicht, oder? Da. Jetzt wenn ihr da reinguckst, dann hab ich ja, das ist das, was ich heute gesagt habe. So, jetzt, musst du gucken. Dreiheck. Gut. Jetzt kann ich das ganze reinkommen. Erst, ich weiß nicht, wir sind drauf. Und das Problem ist, du machst die ganze Scheiße. Und von 5, 4, 1, 1, 1. Hier, die muss man doch freuen, nirgends, jetzt muss ich hier Ketten. Jetzt muss ich die Ketten und die Ketten. Jetzt muss ich aber sagen, was ist jetzt hier noch im Trun? Move, reopen. Jetzt muss ich zusammenholen, das ist die große Sicherheit. Du den Ketten ja noch vom anderen Teilen. Guck mal, erstmal. Hier, du bist jetzt auch nie auf dem Schirm diesmal. Die Ketten und die muss das auf jeden Fall machen. Ja, du musst das auf jeden Fall machen. Hier, du musst das auf jeden Fall machen. Nee, das reicht nicht. Ich glaube, das andere muss zu versetzen. Setz mal das da hin. Ich furze das nicht da. Muss man da reinzusetzen. Kriegst du das nicht. Das kriegst du das. Weich ja nicht. Das hier nehmen. Natürlich, oder was? Die Scheiße da weg, genau. Ach, da hab ich ja nichts. Ich muss auf jeden Fall ein Ding raus haben. Nimm mal das große da weg. Das geht ja nicht. Du musst ja, da musst du ja hin. Das muss sich ja drehen, das große. Genau. Ja, jetzt das da hin und das kleine. Das ist ja auch drin. Genau, nimm mal das große da weg. Das große weg und da hin. Ja, das ist ja auch drin. Genau. Es muss halt genau zurückgehen. Aber hier ist auch noch was, das weiß ich gar nicht. Deshalb gut auch nochmal das rumschwimmen. Gut. Jetzt gehst du zurück und dann da, weiß ich aber die Tür. Ja, das muss man aber bei links und dann kommt es dann durch. Das ist ja hier. Da, hier ist es ein Gitter. Ja. Genau, super. Das müssen wir unabalancieren, da. Ja, jetzt sind wir zweisens, genau. Genau. Da, da, da. Da, da. Oh, das ist richtig, Gengs. Oh, was ist denn da, genau? Katze aus Speed Key, äh, genau, die sind ja auch immer, aber halt, was ist denn da? So, gut. Das müsste ja sicherlich schon zwischen gespeichert haben, wenn ich mir jetzt so schaß noch mal machen muss. Ja, doch, hat er auf jeden Fall. Oh, was ist denn da? Oh, los, 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 los... Ist nichts. Oh, war mal rein? Oh, war's denn da? Oh, was ist denn da? Das ist nur ein Pöhn-Dingcheiße. Oh, ist er voll. Oh, war's voll. Ist nun da? So, los, 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 los. Nichts, bitte. Ja, der Junge hat das hier, wo wir da ein Sprachausgabe, das ist ganz klar. Ja, wie tausendmal willst du, oder? Ja, was du gesagt hast, ne? Ja, das ist ganz klar. Jetzt hier. Da sollen wir, sagen wir mal, speichern. Da haben wir natürlich auch den Tum, haben wir gesehen. Und der speichert hier, wie gesagt, auch automatisch, oder? Das ist jetzt nicht so, dass er jetzt hier... Ja, das ist natürlich... Ja, bitte, bitte. Und wir haben jemanden im Klo rein, und jemanden da kann's auch was ausgaben, oder? Das ist sehr oft, das ist sehr ausgänziger. Das ist total aus dem Kabel. Geh mal raus! Wenn du tust, stirbst da! Ne, ne, nicht... Da war ein Kabel. Also, ich hab dir den Boss, ne? Wenn dir nicht Bossenherzen sogar... Ja. Ja, es, äh, speichern die Netze. Ja. Ich hab' genau da... Naja. Überstanden! Ja, ich hab' ich jetzt mal nix! Ich hab' jetzt mal da drin, das weise ich nicht. Guck mal nach rechts! Ja, Mann! Und da funktioniert auch nicht immer. Ach, das ist genau so. Ja, das ist nicht. Das krieg ich jetzt nicht mehr zusammen. Ja. Das muss man speichern, denn hier muss man auch an rechts. Ja, das muss man auch an rechts. Ja, das muss man auch an rechts. Ja, das muss man auch an rechts. Ah, ne, die Dinger sind frei. Da musst du dir angucken, sonst kannst du noch nicht rübergehen. Du kannst nur auf die Felder gehen, die er hier anzeigt. Also Herz, Play Me, Herz und Play Me. Jetzt gehen wir weiter hin. Ja, genau, Herz und Play Me. Sonst kannst du dir merken, das können wir ja ganz große Dinger an. Also Play Me darfst du drauf und Herz darfst du drauf, um da rüber zu kommen. Also das heißt, da darfst du drauf auf die Kassette und auf das Herz. Genau, jetzt kannst du doch. Du musst da. Gut drauf, ja. Ja, aber das ist schon verstanden. Da muss man sich ja an der.. Darauf, genau, wenn du sass rechts. Darauf, das ist rechts? Ja, klar. Darfst du doch. Wir haben die Kassette. Schräg drunter. Also schräg geht auch? Ja, geht auch, ja. Und wie gesagt, was flügt darauf? Dann wieder schlägt! Na, was muss da oben? Na, in der Licht! Da kommen auch richtig große Dinger! Das ist das, was ich machen! Das ist blödsinn, wenn sie fallen wollen! Und den Scheißdreck hier alles! Warte mal! Wie soll ich das machen? Ich muss das enttanken! Scheißdreck! Brauchst du dein erster Baseballschläger! Das Rätsel ist ja auch geil! Ja, mit den Uhren! Natürlich hab ich auch mal hingesucht! Das ist auch für das Audio-Kassett! Scheiß! Ja, lass es hin! Wie gesagt, du musst jetzt gucken! Muss ich hier nicht wollen! Ich hab's auch nicht rein! Muss ich auf die Uhren gucken! Ich weiß auch nicht mehr, wie das war! Auf die Uhren haben wir mehr zu tun! Nach! Na, ist noch eine Beistung! Also noch eine Beistung! Aber die hat damit zu tun, glaube das war nur die einzige Unimit! Genau, das war, glaube ich, sieben. Wie war denn das? Fünf. Ah, ne, es ist irgendwie zwanzig oder acht Uhr. Acht Uhr. Acht Uhr siebenundzwanzig, also acht, zwei, sieben war das, glaube ich. Ja, das war so, ja. Wenn wir mal drauf gucken, nach acht Uhr fünundzwanzig, ja, ist noch ein bisschen weiter. Bis acht Uhr, oder? Ja, nach acht Uhr fünundzwanzig. Ja, nach acht Uhr fünundzwanzig. Ja, nach acht Uhr fünundzwanzig. Ja. Was ist denn jetzt schon? Du bist voll geschissen. Wohlter Raum. Ach krass. Ah, du Klass-Rumme. Er wurde mit der ersten Person, die sich jetzt läuft, aber auch gegenüber der ersten Person fing das an das Spiel. Das muss ich dazu sagen. Klar, hast du da nicht. Das ist gut, brauchst du nicht, wenn ich noch mitgegangen bin oder nicht, oder? Es bleibt bitte aller Brust. Und jetzt nicht. Geht doch alles müde. Ja. Da. Wasser. Na cool. Wie war es da richtig, oder? Jetzt den letzten. Du musst auch auf Zeit quasi sehen, dass du die alle drei drückst, also wenn du da auch blank bist. Aber der läuft sich jetzt mal wieder mal in den zweiten oder in den hinten. Du musst in der Zeit, glaube ich, alle drei drücken. Also ich schätze mal. Ich hab das letztes Mal, glaube ich, nicht gemacht. Ja, ist offen. Ich weiß natürlich nicht, ob du da gehen musst. Da ist irgendwo los drin, oder? Ja, super. Und da schon drauf hin. Ja, klar. Ja, jetzt. Also musst du auch wieder rechts rein, dann, wo es erst steht. Okay, cool. Kass, wie gesagt, ich hab das verdrückend schmiert, heißt nichts. Ich brauche auf das Umrand, dass mich keine Ecke was liegt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Warte, warte, dreh ich mal ab, muss ich noch was machen, ach doch die Wand! Das hier wird's geil, alter Schwede, da haben sie uns das mal merken, also, guck dir erstmal alle Bilder an. Nägel! Nägel, Herzfrequenz, Fuß. Nägel, Herzfrequenz, Fuß. Jetzt haben wir... Vielleicht der Hammer, oder? Nägel, Fuß, hast du noch da, oder? Nein. Und jetzt kannst du ausdrücken. Und jetzt kannst du ausdrücken. Na, na, na. Eher Herzfrequenz. Hä? Verrasche nie, Opolis. Hä? Äh? 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 Nebel. Nebel. Das ist die Herzfrequenz. Nebel, ganz klar. Nichts weiter. Ja. So. Fuchs. Herzfrequenz. Fuß. Das ist ein Schwer. Hei-Frau. Muss da wohl da ranbleiben? Hier rechts. Aber was, das muss nicht immer an der Kette. Muss nicht rein? Ah nee, muss erst was finden. Um die Kette zu zerstören. Da muss ich die Uhr drüber balancieren. Die persecuted nicht. Die Kette zu sch shielden. Halt. 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 Komm mal rein, wieder. Musst du wieder zurück. Warte mal, wieder mal rein. Kann man's mal? Also jetzt nicht. Kannst du noch runterspringen, wieder? Nee, du musst wieder zurück balaxieren, damit die Kette kaputt machen. Jawohl, wie müssen denn die Kette? Ist nicht schlecht. Warte mal rein. Hm? Keine Ahnung, unterhüpfen. Ich glaube noch, wenn StarCard jetzt zuhundert hat. Ja, wo ist jetzt gegen die Magie entdecken? Nee, genau. Was ist das für'n Spaß? Ja, links. Zeig, dass er mal an, wenn er runter kann. Er hat doch gerade angezeigt. Bewegt dich doch mal langsam. Da, schau im Tau. Wenn du da runter gehst, verstehe ich auch nicht, aber ich behalte das Ganze da rein, mir glaubt. Oh, der Schmäh. Du bist so lecker. Das ist so lecker, wie wir es. Das ist so lecker. Das ist so lecker, wie wir es. Das ist so lecker. Wo ist die Mäste denn, wie ist das? Ja, das muss, guck mal nach rechts, du musst hier drauf, nein rechts, da, so ein Ding hier drauf kriegen. Du musst die jetzt erstmal verschieben, einmal nach da, so dass du da bricht kannst, aber gut, das ist leichter gesammelt als getan. Können wir euch gucken? Ja, aber ich krieg's jetzt ja selber nicht mehr zusammen. Das Nette ist, den muss man schieben. Warte mal. Kannst du nicht, das ist auch nicht mehr. Mann, nur Fotze. Leg doch fest, der Fickfehler. Stopp. Ah ja, das war's. Das war's. Ja, das stoppen wir nicht. Komm, warte, warte. Komm, warte, 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 warte. Komm, warte, 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 warte. Komm, warte, warte, warte. Komm, warte, 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 warte. Gewegt dich. Das Geile ist, jetzt werden wir gleich andere drauf machen. Hat er voll Energie? Ja, Mann, Alter. Ja. Hier wollen wir nämlich gleich anlegen, aber das kenne ich nicht mehr. So richtig futzig gemacht, aber wenn du tot gehst, wüsstest du alles noch mal machen. Jebald's das von ihm. Ja, ist doch das schon. Gut. Langshaft. Sehr gut. Was ist das denn, wie kriegt ihr? Pfff! Pfff! Komm hier! Das zeige ich dir, wo es geht. Was? Ja! Nee! Das kannst du ruhig machen! Das ist nicht auf Zeit! Wenn man doch was auf Zeit habe, ich sag dir, wie du die Zahlen findest, die du denn in der... in der Weinfall getrunken hast. Pfff! 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 Unfallääht! Oh, Miv! Pff! So! Willst du nix? Nee, nee... Du musst schon nix gehen! Nee, rechts... Du kannst sie in den Ente durch einmal laufen, bitte! Nuev, das ist viel zuagss! Das Ding. Du musst du verschieben! Links! Da steht die Kombination. Ja, rück mal. Hey, doch. Nochmal. Das ist ein Arschloch. Rück mal. Jetzt kommt mal drauf da. Sieht mehr die Scheiße nicht. Dass die nicht in den Ecke sind, durch dieses Arschloch. Ja, du musst. Achso, ja. 8 0 6 4 7. 8 0 6 4 7. Du musst jetzt in der Rangfolge die Knöpfe drücken. Jetzt gucken wir auf die Dinger. 8 0. Also 8 als erstes. Jetzt tun wir die 8. Da musst du zuerst. Drücken. Ja, oder? Ne, musst du drücken. Geht nicht. Das ist aber nicht mehr so. Du musst ja schon 8 0. Wenn du jetzt die 0 gucken. 1 0. 1 0. 7 0. 2 0. 4 0. 4 0. Ritten im Raum ist noch was. 2 0. 1 0. 2 0. 2 0. 2 0. 6 0. 2 0. 2 0. 2 0. 3 0. 3 0. 4 0. Wie war sie sie? Vier Ich hab' die Wechsel aber nicht vorzulegen Vier Mit sieben Hauptreserces Wier 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 Das ist aber groß. Ich kann nicht mehr die Tür, die sich geöffnet hat. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, mein Schleich. Ich will das meine Hügel so wie leid. Super. Ich will das nicht. 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 Die ersten in meiner Loggi sind die ersten in der dritten place. Ich denk, du bist jetzt runter. Genau, wechselst du raus. Kann es auch übergehen, jetzt ist nichts mehr das Problem ist. Hey, die sind ja auch einfach die Liga. Ja, und nochmal den, genau, den musst du davon drehen, du musst deinen erst mal in die Kamera gehen. Ne, ne, ja genau, da, den, den unterhalten ist richtig, den jetzt drehen, den drehen, nochmal, und dann gehen da hinten. Das ist hinten durch, gehen wir speichern ruhig, darf in die, unsere erste, erste Opfer gerettet werden. Jawohl. Wie sehen Sie? Je Rach場. Es ist noch eine Schwungaktur. Oh! Komm. U Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt habe, wenn ich mich nicht verletzt habe, Das war's für heute. Ihr werdet den Vial of the Lord be-Need ...to protect ten by both. Now you finally should only want to solve this role ...for all of this position. ...and they take the drink of their own coin. ...they here... ...meet the gar-gar. ...and a little of the force. ...I'll be here now. ...I'll be with the force. Hörst du dich? Du bist nur aufdrehen. Du bist nur aufdrehen. Schneid! ... 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 Aber ich, ich weiß es nicht. Er muss alle Lichter rauskriegen, genau. Ich hab's auch nie gehabt. Jetzt sind wir in der Mitte drüber. Was wir schaffen, der Nächste. Muss halt immer sehen, dass alle rausgehen. Der Nächste auch. Das macht mich nicht wie. Das ist halt irgendwo. Wird immer oben gedrückt. Ich muss sehen, dass du den wegmachst. Nächste. War richtig? War den nochmal weg? Jetzt der in der Mitte. Ja. 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 Das ist das letzte. Dann hast du es geschafft. Der Nächste. Der ist richtig 40. War mir nicht unbedingt. Ich muss irgendwie sehen, dass der Nächste weg ist. Das ist schon eine gute Lobby in Dauer. Geht's mit denen in der Mitte? Ah schau. Dann machen wir nochmal zusammen. Was? Denen Mermer. Es wird splattert. Na ja, gut. Verzerrt. Ja, gut. Das hat ein Feuer. Alles ist da. Ist ja nicht schlimm. Dann bleibt er ganz gut über den... ...und so drei Meter sind auch gut. Ja, gut, müsste er rein jetzt aber weg tun. All den Scheißler. Das kann sich erst kippen. Schiff, na ja, ganz gesund. Na ja, ganz gesund. Geht auch,lukzig. So,los. Weißt du, aber ich gehe schneller aus dem Mund, da war die so schnell verfolgen. Meine Hände bitte. Geht's in der Mitte mal. Und du lachst ohne Jungs. Dann bleib ich schon. Jetzt. Ich bin da nicht mehr. Ich bin da nicht mehr. Ich bin da nicht mehr. Was ist das? Das ist einfach mal. Das ist einfach mal. Das ist einfach mal. Was? Ja. Ja, ich darf. Und ich bin da nicht klar. Ich habe es doch gestört. Das ist nicht schlimm. Was passiert da? Probation war das. Das ist einfach mal. Der Welt. Oh ja. Start. Kampus. Also ich soll nicht. Jetzt. Also Start. Geht aber auch mal an. Jetzt doch. Jetzt ganz schön. Oh Gott. So. Der erste. Hä? Zweite kann ich einspeichern. Du musst dann hell kommen. Nee. Nee. Drei, sechs. Noch Zweite. Zweite. Warte mal. Der will nicht nur das andere. Ja. Dann. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja, das ist doch mehr. Wo ist die Frage? Jetzt. Ja. Ach Quatsch. War das andere. Das ist ja hier. Dem ist ja hier noch andern. Ja, das andere. Äh. Ich will den. Ja. Dann ist es. Das ist ja. Das ist Henry 313. Ganz herz. Ja. Ja. Das ist ja. 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 Jetzt. Ja. Was ist das denn? Vielleicht nicht. Ich bin nicht so aufgeregt. Habe wieder die Idee mit dir verstanden, um mir. Auf mich wieder sorge, jetzt will ich nicht. Na ganz gut. Es steht nur so aus, weil ich meine Quereplätze mit dem Schreibmuster vorhabe. Eine Logiklinik. Ja, es ist ja hier auch eine Logiklinik, aber ich habe mich da jetzt nicht gut aufs andere gesetzt. Dich? Also? Ich bin nicht genauer, mein Förster. Ich bin nicht nur so aus. Was ist das? Das ist was. Ich meine, den bauen wir aber noch, dass das fertig ist. Aber wenn es den Ersten... Ersten erledigt, geht's dann halt demnächst weiter. Zweite Rolle, die die da rücken müssen, aber ich bin beschissen, da muss es auch noch oben zusammen fliegen. Da hast du ein Trophäe gekriegt. ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. 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 Ich würde jetzt mal hier aussehen, du hättest. Ich hätte auch nicht gesehen, aber man sieht ihn ja nicht. Ach, gucken wir mal, nö. He, 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 he. He would have thought he would have passed. He, 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 he. Oh, let's see. Let's see. I don't know. He, he, he. What's wrong with us now? The second one, the second one. Hey, that's a little bit of a... Is that the old one? I think... I don't know. Anyway. I don't know why I'm here. Is that the legal? That's the cyber 4.1. Yes. It was about here. Yeah, he has this. Cyber 4.1. That's all right, he's in the room. Okay. Yeah, so. Oh, super. Okay. I'm talking about how this is. There's not a bit. There's a bit about his sign of thevard tea. Vielen Dank.